Nein, das ist irgend so ein... Warte mal, aber ich hab... Ich weiß, irgendwo haben wir das mal geschafft, diesen Fake... Oh, bitte? Ja, aber die Frage ist... Junge, warte mal, kann ich... Oh, hehehehe. Wieso machen wir uns das so schwer, wenn wir es doch so einfach haben können? Oh, nein, 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 Abbruch, Abbruch, au, au. Moin Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels. Wir beginnen mit Palute Nummer 3 von Build2Play. Hallo Podoten, ich hoffe du magst dieses Level, kannst du bitte sagen, ob dir meine Level bis jetzt gefallen haben? Danke, liebe Grüße, Build2Play. Das werden wir jetzt einfach mal davon abhängig machen, wie gut dieses Level hier ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ähm, okay. Hier einfach kurz rüber. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir uns hier wieder entscheiden. Oder was? Äh, na, okay. Die Entscheidung wurde uns abgenommen. Oh Gott. Erstes Level, erster Try und direkt der First Try. Perfekt. Build to Play, mach mehr solche Level, war beste. War auf jeden Fall beste. So, weiter geht's auch. Dann hier mit dem nächsten Level Paluten Mountains von Scharfer Tomatensaft. Yo, Paluten. Ich hab mir gedacht, ich mach auch mal ein sogenanntes... Hä? Ein sogenanntes Levels für dich. Viel Spaß mit Freuchengrüßen, Scharfer Tomatensaft. Okay, Vater und Sohn ist ja schon... Ist ja... Oh, wir werden mal nicht untergerutscht. So. Einfach mal hier rüber. Oh, könnte das vielleicht... Nein, nein, nein. Bitte, bitte, nee. Ich hab schon wieder Angst, dass es wird so... Oh, was ist hier los? Warte mal, das bin ich? Warte mal, so sehe ich doch gar nicht aus. Moment mal, was ist hier los? Nein, nein, bitte... Bitte... Nein! Ich wollte noch den zweiten First Try. Ach, du... Egal, egal. Wir schaffen das. Egal, Hauptsache dann wenigstens der Victory. Ich sehe immer nicht... Nein! Alter Schwede, mir sind fast die Ohren explodiert. Okay, ein bisschen leiser das Ganze mal kurz stellen. Ja, zweites Level, zweiter Victory. Läuft heute, oder? Könnte das eine neue Rekordfolge werden? Dafür müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal beeilen. So, Palut No Name von Ansh. Ich nehme einfach mal die oberen, weil ich glaube, das ist immer das Gleiche, dreimal das Gleiche, mit dem gleichen Namen, etc. pp. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Denkt ihr einen Namen aus? Viel Spaß. Wir nennen es No Name. Nein! Was ist denn... Wo? Was ist hier los? Warte mal. What? Wie? Warte mal, was ist das denn für eine Höllen... Nein! Was ist denn für eine Höllenmaschine? Warte! Na, na... Hä? Ich verstehe dieses Konstrukt nicht. Ich möchte aber gerne nach da vorne. Na, oh! Jetzt... Was ist denn hier los? Warte mal, vielleicht ein bisschen... Nein, 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 nein! Oh, warte, 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 warte! Stopp! Ich verstehe dieses Konstrukt irgendwie nicht. Jetzt, jetzt, bitte, bitte, bitte! Er muss irgendwie mit dem... Warte mal, wenn wir auf den Sohn... Aber ich glaube, der Sohn kann keinen... Kann keinen Weg grüßen. Nein, jetzt hör doch auf, immer auseinander zu fallen. Warte, warte, noch mal kurz nach oben. Nein! Nein! Warte auf... Ja, das fängt... Das fängt ja wieder gut an hier. Nein, jetzt, komm, weiter. Nein, nein, nein! Hör auf, immer auseinander zu fallen. Was ist denn da los? Muss man ein bisschen mehr hier... Muss man mehr pumpen, Digga. Mehr pumpen. So, pump... Oh, pump mehr nach links. Komm schon. Ich... Ich lehne mich auch schon. Jawohl! Das ist der Victory! Oh, yeah! Boom! Shaka-laka! So, Exit to Menu. Weiter geht's mit... Paluten Rocks Jump 6. Von Rocks, logischerweise. Hey, Paluten, der Victory solltest du bei diesem Level in Topzeit schaffen. Hau rein! Okay, in Topzeit... Achso. Okay. Hör mal mal... Oh! Alter, was ist hier los? Ach, Schimm, das sind ja seine Levels, die so aussehen... Auseinander! Warte mal. Ne, da kommen wir... Ne, ne. Ach, verdammt! Ja, ausweichen. Und ein bisschen mehr... Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Schwung. Jetzt komm. Yes, nochmal hier. Oh! Oh Gott. Warte mal. Hä? Müssen wir... Okay, wir waren sogar zu gut. So, jetzt wieder hier. Zack. Nein! Und diesmal... Rocks! Nein! Okay, wir bleiben positiv. Wir bleiben heute positiv. Wir kriegen das hin, Leute. Wir... Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ach, verdammt! Hakuna Matata. Du kannst mich mal... Hakuna Matata. Wir sind schon wieder zu langsam geworden. Warte mal. Wir müssen hier im richtigen Tempo... Ne, wir dotzen dann einfach... Nein! Nein! Komm schon! Gib dir Mühe! Weiter nach rechts! Au! Ah, tut mir leid. Tut mir leid, Sohn. Du musst dich jetzt alleine durchschlagen, denn dein Vater hat irgendwie die Tendenzen dazu, immer mega zu zersplashen. So, jetzt fahren wir einfach ganz langsam. Nein! Ich glaube, wir sind schon wieder zu schnell. Ne, alles todi frodi! Und da ist der Victory. Nächstes Level... Oh, was ist hier los? Ist das der vierte oder der dritte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, aber das ist... Rekordfolge. Leute, Rekordfolge! So, weiter geht's mit. Nisch. 295 Halperlouten. Das ist mein erstes Level für dich. Und ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ja, dann kommen mehr Level von mir. Für dich. Bis dann. Huduluh! Okay, Vater und Sohn. Okay, Vater und Sohn. Können wir knicken. Wir brauchen den Pogo-Dude. Zumindest sehe ich da keine Minen. Also, das ist ja zumindest schon mal was Positives. Momentan ist es noch ein... Ähm... Stink noch... Bitte! Oh! Ach, wir können... Ja! Ach, komm! Was ist denn mit ihm los? Junge, also ich weiß ja nicht, was du hier gerade vorhast, ne? Aber das war ein komischer Move. So. Erst mal hier rüber. Warte mal. Nein, nein. Oh, oh, oh. Das könnte... Ein richtig guter Sprung. Nein! Oh Gott! Warte mal. Ihr meintet auch mal Steuerung und dann springt der irgendwie... Besser. Oh, das sieht gut aus. Ja, aber es stimmt. Warte mal. Das mit Steuerung war irgendwie dann immer so, dass man dann immer Probleme hatte, dass die Beine weg... Egal, ich probiere es trotzdem, bevor ich hier noch... Nach vorne! Yes! Oh, yeah! So, warte. Hier haben wir, glaube ich, auch genügend... Okay, wir haben nicht genügend Platz. Na, warte, warte. Den einen machen wir noch normal. Okay, okay. Wir müssen wieder Steuerung drücken. Jump. Jump. Nein! Oh Gott! Ich hasse... Ey, so ein Pogo-Level hatten wir auch lange nicht mehr. Jetzt! Komm! Nein! Okay, das ist aber nicht... Das ist nicht allzu schwer. So, jetzt müssen wir nur noch mal hier... PewDiePie! Lachen wir rüber. So, jetzt noch mal hier ein bisschen rüberjumpen. Wer ist denn Jim? Hä? Who the heck is Jim? Nein! Nein! Oh Gott! Verdammt! Nein! Bitte, bitte! Oh, yeah! Guck mal da! Weißt du, er kann sich einfach mit seinem Kopf da so rumschalawinern. Weißt du, aber manchmal bei den einfachen Situationen fliegt er weg. Es ist doch hier einfach... Jetzt lass mich mal kurz... Bitte, bitte, bitte! Komm schon, komm schon! Eh! Kapador-Technik! Kap-a-dor-Technik! So, jetzt müssen wir einfach noch hier durch So, Victory, wunderbar 90 Sekunden, kranke Scheiße Ja, war ein nettes Level, aber nicht unbedingt Pogo Jump Das war jetzt, das war eigentlich nur ein ganz normaler Pogo Jump Ohne, dass da irgendwas krasses passiert ist War kein schlechtes Level, um Gottes Willen Macht das auf jeden Fall weiter Und wir machen jetzt auch weiter mit Paluten Nr. 1 von Martin Owitz Hyperluten, das ist mein erstes Level, viel Spaß noch dabei PS, meinen Namen schreibt man Martinovic aus Komm aus Österreich, okay Mein erstes Level, tolle Videos Oh, oh, crap, falsche Taste gedrückt, viel Spaß Hoffentlich, hoffentlich werden wir diesen Spaß hier auch haben So, runter hier Vollgas, Knallgas hier Auch Vollgas, ne, weil ich, ich probiere ja Vollgas Ich mache hier links, rechts, links, rechts Oh Das, das war wieder so eine Situation Warte mal, Victory Oh yeah, perfektes Level Tut mir leid, da kann ich die Bewertung überhaupt nicht nachvollziehen Denn das war ein chilliges Level Und am Ende ein Victory Alles tutti frodi So, weiter geht's mit Paluten Possible Von King Ali Ooster Hey Paluten, hier ein kleines Level für dich Es ist machbar Okay, King Ali No Warte mal Gibt's denn Warte mal Nein, das ist irgendein Warte mal, aber ich hab, ich weiß Irgendwo haben wir das mal geschafft Diesen Fake Oh, bitte? Ja, aber die Frage ist Junge, warte mal, kann ich Oh Wieso machen wir uns das so schwer? Wenn wir es doch so einfach haben können Bis Ein Abbruch Abbruch Oh Egal, das schaffen wir aber jetzt So, einfach mal Wir müssen gleich einfach Nein, stopp Oh Das war unser Kopf Moment, Moment Jetzt nochmal kommen Punkt Landung Punkt Landung Punkt Tod Okay, der Victory Ich dachte, er wird da irgendwie so eine riesige Bahn von Victories hinbauen Aber das war Nein, nein, warte, 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 warte Hier ist alles ausgelöst Jetzt komm, befreie dich irgendwie Bitte, 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 bitte Da vorne ist der Victory Ich komme auch nicht höher Ich bin hier, ich hake hier fest Jetzt komm, warte Vielleicht ein bisschen drehen Nein, 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 nein Opa Nein, ja, ist ja gut, ist ja gut Chill, chill Ich hole dich da raus Ich hole dich da irgendwie Warte, warte Komm schon Oh yeah Nein Das ist aber gar nicht Ach, das gibt es doch nicht Verdammt, okay, okay, okay Wir haben alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle hier Zack, nochmal ein bisschen hoch Bisschen Höhe gewinnen So, und jetzt aber volle Karacho hier runter Jawohl 10,10 Sekunden der Victory Boom, shakalaka Danke an King Ali Usta Weiter geht's mit Palutin Jump von Niche 295 Hi Palutin, das ist mein zweites Level Naja, nicht zu viel sagen Nimm den Dad Viel Spaß Okay, wir nehmen den Dad Beziehungsweise Vater und Sohn Warte mal, warte mal Wait, wait, wait Da hab ich doch was gelesen Easy Victory Ja, okay, da kommt man nicht hin Es sei denn Tut mir leid, Leute Wenn ihr das nicht einstellt Weißt du, bis hier Dann probier ich mal hier Gerade So Vorsichtig Na, Moment Vorsichtig Vorsichtig Oh Jawohl Und da ist der Victory Da haben wir einfach mal Wir alten Schlawinskis Haben hier einfach mal das Level ausgetrickst Und tut mir leid Victory ist Victory Wenn ihr das einbaut Dann müsst ihr Change Character Natürlich auch ausstellen Beziehungsweise Einen festen Charakter wählen Da kann ich sonst auch nichts machen So, Exit to Menu Weiter geht's mit Palutin Die Wahl Von MC Kaka Gamer XD Ohne Beschreibung Und dann schauen wir doch mal Was Mr. Kaka hier Fabriziert hat Oh, kein Wien Okay, 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 okay Warte mal Unten ist der Leichtere Weg Egal Ich weiß nicht genau Was hier steht Ich fahre einfach mal weiter Weil ich hab so ein bisschen Pipi in den Augen Von den Minen Dementsprechend geht's hier Det, 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 det Det, 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 det Det, 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 det Wir hätten auf jeden Fall links gemusst Wir hätten sowas von nach links gemusst Warte mal Ich hab hier auch ein dinges Problem Mit den Nein, stopp Oh, snap Warte mal, warte mal Stopp Ey, wir haben einfach zu viel Speed drauf Jetzt guck mal Ich hab die ganze Zeit Auf Bremsen gedrückt So, warte mal Unser Sohn, äh Rest in Peace, ne Ja, da sind auch so ein bisschen Seine Leichenteile Ach Stopp Will's aus Links ist einfach Okay, wir nehmen jetzt einfach links Den, den Ich mein, die ganzen Minen sind Oh Gott, da kommen sie Fahr, 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 fahr Und da ist der Victory Man hat uns wieder vor die Wahl gestellt Wir haben uns für den Victory entschieden Boom Schakalaka Die zweite So, danke An MC Kaka Gamer Weiter geht's mit Paluten Biker 40 von Rocks Hey Paluten Ich hoffe mal, dass Das Level jetzt nicht Zweimal hochgeladen wurde Wenn ja, dann sorry Happy Wheels spackt einfach manchmal rum Ja, das kennen wir ja alle Also Ich hatte schon so viele Aufnahmen Wo einfach Happy Wheels Sowas von rumgespackt hat Ähm, naja Ich wünsche dir viel Spaß Bei diesem Level Nummer 40 Ich habe versucht Es etwas besser zu gestalten Als die anderen Da 40 eine schöne Zahl ist Hau rein Okay Ist auf jeden Fall eine Runde Zahl Jetzt stürzen wir uns hier runter Nein Oh, warte mal Wir müssen einfach nur nach hier unten, oder? Genau Zack Das kennen wir doch auch schon Jetzt müssen wir hier Erstmal Oh, 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 oh Geht's hier? Hoffentlich Nein Es ist Nein Ach doch, hier nach hinten Nein, nein Moment, Moment, Moment Ah, Gott Okay Fahr hier hin Ihr müsst Nein Ey, Tummel Habt ihr das bitte gerade gesehen? Was war denn da los? Das geht das doch nicht Oh, Mann Warte mal Hier ist schön der Drop-In Dann hier runter Das kennen wir Zack So, warte mal Das ist natürlich die Frage Ja, aber hier kann man nur runterfallen, oder? Da muss man aber mit Schwung Ja, ich muss mich da aber so gegenlehnen Das bringt nichts Warte mal Ich kann natürlich nochmal hier Und dann jetzt mit Schwung Drück dich da Nein Das kann man doch gar nicht schaffen Warte, was mache ich denn hier falsch? Ja, und da muss man runter Okay Da bleibt uns einfach kein anderer Weg So Dann geht es hier runter Und hier mit Schwung Jetzt, komm Jawohl Komm schon, bitte lass hier den Victory sein Oho, oho Was ist das? Was ist das? Okay, den müssen wir erst holen Oh What? Bitte Ich meine, das war der Victory Nice Aber ich hab Rox, ganz ehrlich Ich hab dich so verflucht Gerade in diesem Moment Ich dachte so Ne Dieses Level spielst du auf gar keinen Fall Jetzt nochmal Nur gut, danke an Rox Weiter geht's mit Paluten Ach, ein Don't Move Okay, jetzt hab ich's Jetzt hab ich's auch verstanden Gut, ein Don't Move Okay Coole Sache Äh, was hab ich auf dem Schreibtisch Meine Uhr, die immer pünktlich um 16.30 Piep Beziehungsweise vor der Zeitumstellung Hat sie das immer um 16.30 getan Ne, 17.30 meine ich natürlich Ansonsten, Handy chillt hier noch rum Ne leere Energy Flasche Und was anderes Spektakuläres Gibt es jetzt hier gar nicht Viel, viel Fun Hab ich mal wieder auf dem Schreibtisch stehen Ich hab übers Wochenende einfach Während des Während der Livestreams Zu viel Energy getrunken Und Soll das das Ende sein? Meine Damen und Herren Ist das Warte mal What? Warte mal Ja, scheinbar Egal, dann machen wir nochmal Paluten unsichtbar Von King Ali Ooster Hey, Paluten Hier ein Level für dich Es ist halb unsichtbar Okay, hoffentlich bringt es uns nicht Warte mal Warte mal Tut mir leid Also ich mein Wenn wir uns schon hier irgendwie Nein Verdammt Was war das denn? Okay, so Warte Halb unsichtbar Nein Nein Ey Ziel Oh, oder warte Oh yeah Warte, warte, warte Dann machen wir das eben hier Indem wir so nach oben fliegen Hä, wieso kann der Opa nicht mehr nach oben fliegen? Warte mal So Nein Ah, komm Warte mal Drehung Oh, jetzt Zack Keppa Nein 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 So Nach oben Jetzt Na endlich Ich dachte schon, was ist denn hier los? Über die Dinger Oh Oh So Warte Jetzt Nein 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 Du Hund Du mit deiner blöden Nein Jetzt Einfach hier durch Flieg einfach durch Nur durch Warte, stopp, 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 stopp Dreh dich aufrecht So Jetzt Kriegen wir das doch hin Ja, ja, ja Oh my leg Kann ich doch jetzt auch nichts für What? Ne, tu mir Was ist das denn? Ach, tut mir leid Jetzt reißt mir doch hier der Geduldsfaden Wisst ihr was, Leute? Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein Mit Happy Wheels Ich wünsche euch allen Immer noch einen angenehmen Tag Und ja, dann haut rein Bis zur nächsten Folge Happy Wheels Nur nochmal Oh, ich bin mega überbelichtet Sehe ich gerade Ist aber auch völlig Banane Nur zur Info Happy Wheels kommt alle zwei Tage Es kommen manchmal so die Fragen auf So, wann ist Happy Wheels immer? Alle zwei Tage, Leute Alle zwei Tage Nur gut, Leute Das soll es auf jeden Fall gewesen sein Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao